Die Expansion in regionalen SBB zügen anstelle von Milliarden für hohe Entfernungen mit einem explosiven Vorschlag, dem Direktor von ÖERI Stückberger St. Gallen und Lausana möchte nach dem DOSTO-Debakel besser mit dem Express Railway Network verbinden. Der Osten der Schweiz fühlt sich getäuscht. Dennis Demischa Aebi Schloss Es ist nicht schnell genug, der Mangel an IFV2 des SBB sollte nicht mit einer Milliarde Expansion der Route zusammengesetzt sein. Keystone Da die SBB angekündigt hat, ihren kontroversen DOSTO-Zugzug auf schnellen Strecken nicht zu nutzen, hatte die Schweizer Rail-Architektur ein wichtiges Problem, Infrastrukturinvestitionen, die nicht in der Notität von Milliarden geplant sind, sind erforderlich geworden. Denn, der Bundesrat und der SBB haben Lausana und St. Gallen versprochen, ihre jeweiligen Bahnhöfe in vollständig genannten Knoten zu erweitern, in denen jede halbe Stunde nationale Züge ein direkter und schneller und schneller Verbindung zu regionalen Linien garantiert. Außerdem würde ich kürzere Reisezetten zwischen Bern und Lausana sowie zwischen Zürich und St. Gallen benötigen. Und ohne DOSTO, das sonst ohne Probleme bei der normalen Funktionsweise funktioniert, können sie nur mit einer teuren und technisch schwierigen Routenerwetterung erreicht werden. Und ohne DOSTO, das sonst ohne Probleme bei der normalen Funktionsweise macht.